Bandwürmer. Eklig und furchtbar interessant. Wie zum Beispiel pflanzt sich ein Wesen fort, das in einem anderen Tier lebt? Kommt ein Sexualpartner zu Besuch? Teilt sich der Wurm in der Mitte und eine Hälfte macht sich auf die Suche nach einem neuen Wirt? Eher nicht. Also, wie stellen es die Viecher an? Sie legen Eier. Tausende Eier. Durchschnittlich 300.000 pro Tag. Wenn man mit Gülle düngt oder einfach in der freien Natur lebt, können die Eier aus dem Kot des Hauptwirtes leicht auf anderer Tiere Nahrung landen. Ein Zwischenwirt, im Falle des hier betrachteten Schweinebandwurms, ein Schwein, nimmt dann die Eier mit der Nahrung auf. In dessen Magen entwickeln sich aus den Eiern sogenannte Hakenlarven, die sich ins Muskelfleisch bohren. Dort werden sie zu Finnen. Zu denen gleich mehr. Denn in ungünstigen Umständen können auch Menschen die Eier von Schweinebandwürmern aufnehmen. Dann kann genau dieser eben beschriebene Prozess möglicherweise gefährlicher werden als die Infektion mit einem ausgewachsenen Wurm. Finden sich beispielsweise Finnen im Gehirn wieder, kann das zu Epilepsie führen und alles in allem sehr unangenehm werden. Normalerweise setzt der Wurm aber darauf, dass das Schwein von einem Raubtier, im Falle des Schweinebandwurms von einem ganz bestimmten Allesfresser, getötet und verspeist wird. So gelangt die im Fleisch postierte Finne unbemerkt in den Verdauungstrakt des Schlemmers. Ist das erfolgreich geschehen, löst sich die äußerste Schicht der Finne in der Magensäure auf und eine Art Kopf mit Saugnäpfen hakt sich an die Dünndarmwand. Von diesem Kopf aus bilden sich dann nach und nach Glieder, die den Wurm zwischen 2 und 3 Metern lang werden lassen. Die neuen Glieder schieben die älteren nach hinten und auf dem Weg zum Ende des Wurms reifen mit der Zeit in jedem Glied Geschlechtsorgane heran. Sind alle Beteiligten erwachsen genug, kann der Spaß jetzt beginnen. Oder auch nicht. Schweinebandwürmer sind nämlich Zwitter. Nicht nur das, jedes einzelne Glied enthält sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane und die Eier an einem Glied werden meist von den Spermien desselben Glieds befruchtet. Also keine wilde Orgie. Diese sich langsam mit befruchteten Eiern füllenden Segmente rutschen immer weiter zum Ende des Bandwurms. Dort angekommen, brechen sie ab und finden ihren Weg aus dem Darm. Entweder indem sie einfach ausgeschieden werden oder indem sie herauskriechen. Denn ja, Bandwurmglieder haben ein primitives Muskelsystem. Aber meist benutzen sie das nur, um aus einem schon ausgeschiedenen Kothaufen herauszukriechen. Das erhöht ihre Chance, aufgefressen zu werden. Denn das ist das Ziel der Eier. Wie auch immer auf irgendwelche Nahrung zu gelangen, wo sie bis zu 2 Monate geduldig darauf warten können, von einem Zwischenwirt verspeist zu werden, damit sich dieser wunderbare Kreislauf des Lebens wiederholen kann. Bis zum nächsten Mal.